So, jetzt sind wir auf dem Weg, auf die Seychellen, Freitagabend, Abbruch, Sonne, gerade rausgekommen. Eine Stunde lang Verspätung, alles dick mit Wolken zu, da unten. Das sieht schön aus, ja. Und so weiter und so weiter. So machen wir es erstmal wieder aus, ändert sich ja nichts. Ich glaube nicht auf der Ölzone. Was? Ja, will ich ja was machen. Ja. Ja. Ja.